Guten Tag, lieber Kunde. Was ist das? Action. Guten Tag, sehr geehrter Kunde. Mein Name ist Ralf Ertel. Da werden die Schilder graviert. Oder wie dieses polierte... Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Du bist ja gar nicht vorgegangen. Da werden die... Ja, boah. Ganz ruhig. Ja, boah. Scheiße. Mann, machen wir mal auf. Da werden die... Da werden die Messing-Schilder graviert. Nee, da werden die Schilder graviert. Da werden die... Boah. Was geht's los? Ich weiß nicht. Da werden die... Da werden die... Ja. Ja. Oh, Mensch. Oh, 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 oh. Ja, das ist schuld. Da werden die Schilder graviert. Wie dieses Schild. Oh ne. Da werden... Oh ne.